Japan als eine der ältesten Kulturen dieser Erde hat viele Kampfkünste hervorgebracht. Eine ihrer perfektesten Formen ist Karate-Do. Um das traditionelle Karate-Do zu bewahren, wurde 1975 von Kanasaro-Shinan und anderen Meistern der SKI-Weltverband ins Leben gerufen. In der laufenden Szenenfolge wird von den beiden Großmeistern Kanasaro-Shinan links und Nagai-Shin rechts Karate in seiner perfekten Form vorgeführt. Es ist unerlässlich, die Karate-Übungen mit einem Partner auszuführen, da nur so Genauigkeit, Distanzgefühl, kontrollierter Kontakt und Körperbeherrschung geübt werden können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Kommite heißt Kampf und so sollten die Übungsformen auch betrachtet werden. Die Übungsformen sind in der Mitte der Übungsformen.